Morgen zeigt sich das Wetter leider auf unserer ungemütlichen Seite. Es regnet den ganzen Tag, also packen Sie am besten die bunte Regenjacke ein, die Sie finden können und sagen Sie dem trüben Wetter den Kampf an. Das RTF1-Wetter wird Ihnen präsentiert von Möhn, Ihr Sonnen- und Wetterschutzpartner aus Dettingen-Erms. Möhn macht Freude! Der Mittwochmorgen beginnt Wolkenverhangen. Mittags schaut die Sonne ab und an mal hinter der Wolkendecke hervor. Bis zum Abend hin kommt es dann vereinzelt zu Regenschauern. Die Temperaturen bewegen sich im Tagesverlauf zwischen 10 und 14 Grad. Der Donnerstag startet mit Sonnenschein, allerdings schieben sich schon bald die ersten Wolken vor die Sonne. Das Thermometer zeigt Werte zwischen 8 und 20 Grad an. Auch am Freitag tummeln sich einige Wolken am Himmel. Allerdings schaut die Sonne ab und an hinter der Wolkendecke hervor und bringt Temperaturen zwischen 14 und 23 Grad. Das Wochenende beginnt mit einer großen Portion Sonnenschein und Werten von bis zu 23 Grad. Das RTF1-Wetter wurde Ihnen präsentiert von Möhn aus Dettingen-Erms. Möhn macht Freude! Besuchen Sie uns auf der Garden Live und finden Sie bei uns den passenden Sonnen- und Wetterschutz für Ihre Terrasse.